Schwanger sein macht wahnsinnig sensibel und falls du denkst, es stimmt was nicht mit dir, weil du keine Nachrichten mehr erträgst oder dich total schnell angegriffen fühlst oder an den unpassendsten Momenten anfängst zu weinen, herzlich willkommen im Club. Herzlich willkommen in der 12. Schwangerschaftswoche. Wir brauchen ja, um durch unseren herausfordernden Alltag zu kommen, eine gewisse harte Schale. Da werden wir von Leuten angepöbelt, angehubt, lauter schlechte Nachrichten im Fernsehen, in den Nachrichten, aber auch Überschriften, in Zeitschriften, selbst wenn wir sie gar nicht kaufen. Wir laufen am Kiosk vorbei und lesen, dass ein Kind entführt wurde. Social Media, wir scrollen, wir kriegen Beiträge angezeigt, die wir eigentlich gar nicht gerade verkraften können. Und so ist es ja so, dass unsere harte Schale uns so vor dem Umfeld eigentlich schützt. Wir können mal zurückrempeln, zurückpöbeln oder uns sind Sachen total egal, weil wir es gewohnt sind. Aber in der Schwangerschaft, da verändert sich ja die Hormonlage. Und wir sind ganz viel Östrogen, Progesteron, HCG, wir sind dem ausgeliefert, einfach damit unser Baby sich gut entwickelt, unsere Bänder, unsere Muskeln werden weich, unser ganzes Gemüt wird weich und wir geraten in Stimmungsschwankungen leichter und wir werden sensibler. Und diese Sensibilität, ich merke die ganz deutlich, schon seit ein paar Wochen, aber jetzt in dieser Woche, habe ich schon gesagt, dass wir in der 12. Schwangerschaftswoche sind, habe ich uns schon gratuliert, dass unser Fehlgeburtsrisiko jetzt bei nur noch einem Prozent liegt. Auf jeden Fall merke ich das so deutlich, diese extreme Sensibilität, dieses andauernd anfangen zu weinen. Ich bin über 40, ich kann doch nicht in einem Elterngespräch anfangen zu weinen. Also da muss ich sagen, das ist schon eine kleine Herausforderung, durch den Alltag zu kommen, in der Schwangerschaft, in der Großstadt, wobei auf dem Land sind ja auch Zeitungen. Ich merke nur, wir sind ja viel in Österreich, da sind die Menschen ein bisschen herzlicher, das ist ein bisschen angenehmer. Aber nichtsdestotrotz, schreibt mir doch bitte in den Kommentaren, wie sensibel bist du gerade? Wie fühlst du dich damit? Wie gehst du damit um? Und vor allen Dingen, wie schützt du dich? Also ich habe jetzt zum Beispiel auf Instagram bei, sobald mir ein Beitrag angezeigt wird, den ich nicht sehen möchte, und ich möchte gerade sehr viel nicht sehen. Ich möchte nichts mit Gewalt sehen, ich möchte nichts mit Psycho sehen, ich möchte nichts mit Kranken sehen, ich möchte jetzt halt gerade diverse Sachen nicht sehen. Und dann klicke ich sofort drauf, auf diesen Beitrag, kein Interesse. Und der Algorithmus passt sich dem ein bisschen an. Also kleiner Tipp. Dann Nachrichten abends schauen, habe ich mir abgewöhnt, ich schaffe das nicht. Die Welt ist kein guter Ort, nicht überall, aber die Welt, die in den Nachrichten gezeigt wird, sagen wir es mal so, das hat ja auch was mit Sensationslust zu tun. Es wird in den Nachrichten das Gute und Schöne nur selten gezeigt. Meistens wird das Schlechte gezeigt. Und ich möchte dem nicht so ausgeliefert sein. Vielleicht bin ich nicht ganz top informiert dadurch, dass ich nicht mehr jeden Abend die Nachrichten sehe. Aber es geht mir ein bisschen besser damit. So. Und so gerne ich manchmal in den Klatschnachrichten, so ein bisschen rumblätter in den Zeitschriften und so, merke ich doch, wie es mir nicht so gut tut. Also verzichte ich darauf, Klatsch und Tratsch zu lesen und bekomme als Geschenk dafür weniger schlechte Nachrichten, die ich ja eh nie lesen möchte, mit. So. Ein bisschen die Sensibilität, ein bisschen sich selber schützen. Wenn die harte Schale vom Wesen nicht mehr da ist, dann müssen wir uns anders ein bisschen schützen. So. Unser kleines Engelchen wächst und gedeiht wunderbar. Ist jetzt etwa 6 cm groß, je nachdem, wo du in der Schwangerschaft gerade, also es wächst ja jeden Tag, ich schiebe mal den Stuhl ein bisschen weg. Und gegen Ende der 12. Schwangerschaftswoche ist es circa 6 cm groß. So groß wie ein kleines Hühnerei. Aber Vorsicht, nicht so schwer. Das Ding wiegt jetzt hier vielleicht 60 Gramm und unser Engelchen wiegt so ungefähr 15 Gramm. Also nur die Länge stimmt. Die Form überhaupt nicht. Nee, die Form gar nicht. Der Kopf ist ja das Größte. Und dann kommt der Körperchen. So alle Organe, alles ist gebildet. Ab jetzt heißt es wachsen. Die Augenlider sind da, die haben sich geschlossen. Die bleiben jetzt auch bis zum Ende des zweiten Trimesters geschlossen. Und ja, unser Engelchen wächst und wächst und bewegt sich und ist ganz aktiv. Wir merken es zwar noch nicht, aber ja. Unsere Plazenta dagegen, die ist in etwa faustgroß. Und wenn man jetzt bedenkt, dass unser Engelchen so ist, also so und so die Plazenta, dann ist das schon ein ganz schöner Raum für ein Babybäuchlein. Kommt, wir machen einmal den Bodycheck gemeinsam. Denn ich habe schon einen richtigen Babybauch. Wir müssen leider eine ganz kurze Drehpause machen, weil ich muss meinem aktuellen Schwangerschaftscraving total nachgeben. Ich brauche jetzt einen Hüttenkäse. Ich weiß nicht, ob ihr mir auf Instagram folgt und das mitbekommt, aber ich könnte zurzeit am Tag ein bis zwei von diesen Hüttenkäsen essen. Das sind so, das ist eigentlich eine super Sache. Also das sind 200 Gramm, das sind dann knapp 200 Kalorien, knapp 8 Gramm Fett und knapp 25 Gramm Eiweiß. I love it, Leute. Verrückt nach. Gleich geht's weiter. Tja, so schnell kann es gehen. Zwölfte Schwangerschaftswoche bedeutet übrigens, du hättest jetzt quasi, wenn du deinen normalen weiblichen Zyklus hättest, zum dritten Mal deine Periode, also die wäre jetzt quasi da. Das heißt, bei manchen Frauen kann es jetzt zu einer ganz leichten Schmierblutung kommen. Das ist eher so sehr wenig und dunkles Schleim eher so. Das ist kein wirkliches Blut. Bei hellrotem Blut, bei richtig viel Blut natürlich sofort zum Arzt. Aber so ein bisschen bräunlichen Ausschluss. Das ist einfach nur, dass der Körper eigentlich gewohnt ist, jetzt noch seine Periode zu bekommen. Und das kann einfach da so ein paar kleine Tröpfchen Schmierblutung geben. Das wäre ganz normal. Viele Frauen haben jetzt Sodbrennen. Ich gehöre aktuell gerade jetzt in dieser Woche Puh, Puh, Puh zum Glück nicht dazu. Bin sehr, sehr dankbar drüber. Sodbrennen ist schrecklich. Aber was hilft auf jeden Fall? Mandeln kauen, Haferflocken kauen. Nicht, dass die Sodbrennen verhindern. Sodbrennen kommt ja einfach, dass hier der Reflux einfach sehr gedehnt ist. Und also dieses, was den Magen schließt und deswegen, also durch unsere ganzen Hormone, ist das alles weicher und elastischer. Und deswegen kann Speisebrei leichter nach oben gelangen. Das gilt übrigens gerade. Kaffeemaschine. Danke. Die ist jetzt aus. Das wird übrigens zum Ende der Schwangerschaft noch mehr. Gerade wenn dann das Baby den Magen nach oben drückt. Aber wie gesagt, bereits jetzt, Sodbrennen ist weit verbreitet. Einfach weil, ja, das alles noch gar nicht gewöhnt ist, so durch den, durch die Hormone sich leicht zu dehnen. Und deswegen ist es ganz gut, wenn der Speisebrei, der dann hochkommt, nicht ganz so sauer ist. Mandeln kauen ganz lange, so 40, 50 Mal, bis sich das von selbst im Mund auflöst. Oder Haferflocken. Das Wasserstaatlich-Fachingen oder andere Heilwasser, die ganz viel Hydrogencarbonat haben, können ebenso helfen, die Säuren zu neutralisieren. Also, ich habe auf jeden Fall, weil ich hatte ja diesen einen Tag Sodbrennen und seitdem Panik, dass das wiederkommt, habe ich auf jeden Fall neben meinem Bett so eine Flasche staatlich fachregend Wasser stehen und sollte das Sodbrennen wieder kommen, dann helfe ich mir in der Sekunde, weil dann brauchst du sofort Hilfe. Das ist schlimm, doof. Tja, ich weiß nicht, ob ich im letzten Video gesagt habe, dass es mir von der Übelkeit her besser geht. Jetzt gerade geht es mir auch gut, aber mir geht es auf keinen Fall richtig gut. Also jetzt zwar schon, aber abends nicht. Das wollte ich jetzt nur noch mal dazu sagen. Ich bin leider immer noch Team Übelkeit und nehme dann Kariban. Soll keine Arzneimittelwerbung sein an dieser Stelle. Lass dich von deinem Arzt beraten, wenn du auch unter Übelkeit leidest. Und ich versuche auch weitestgehend darauf zu verzichten, aber es geht nicht immer. Nutze halt die Phasen, in denen es mir gut geht, wie zum Beispiel jetzt. Wobei ich heute Morgen halt auch schon zweimal geweint habe und deswegen musste ich das Video auch direkt mit dem sensibel anfangen. Wir haben es gerade mal, weiß ich nicht, 10.30 Uhr oder so war es, Micha? Und ich habe schon zweimal geweint heute. Eigentlich auch. Naja. Es ist, wie es ist, ihr Lieben. Ich freue mich davon zu erfahren, wie es euch geht. Gemeinsam werden wir kugelrund. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao.